Die Fans werden begeistert sein. Endlich gibt es wieder frische Songs von den Backstreet Boys. Im Oktober kommt das neue Album raus und einen Monat vorher die erste Single-Auskopplung als Appetithäppchen. Inconsolable, untröstlich heißt der Song und das dazugehörige Video wurde gerade in Los Angeles produziert. Wir waren bei den Dreharbeiten dabei. Bei fast 35 Grad stehen die Backstreet Boys gerade am Venice Beach vor der Kamera. Zwei Jahre Pause waren ihnen offensichtlich genug. Es ist großartig. Es ist toll, wieder draußen zu sein und Musikvideos zu drehen. Ich glaube, wir sind alle aufgeregt wegen des neuen Songs. Wir haben viel Spaß hier draußen. Es ist wie in alten Zeiten. Vielleicht nicht ganz wie in alten Zeiten, denn Backstreet Boys Kevin stieg 2006 aus der Band aus. Jetzt sind es nur noch vier, die hier am Video zu ihrer neuen Single Inconsolable basteln. Für die kommende Tour steht Deutschland übrigens ganz oben auf der Wunschliste der Jungs. Wir können es gar nicht erwarten, nach Deutschland zu kommen. Vielen Dank, Leute. Wir sehen uns bald. Die Fans müssten sonst den Titel der neuen Single wörtlich nehmen. Sie wären inconsolable und tröstlich.